Leute, willkommen zu einem neuen Video von Footdrafter. Heute ist wieder mit dabei... ... und... ... ja... ... wir... ... wir brauchen Spieler für unser Fußballverein SV Lada. Ich werde nicht... ... warte mal, ich muss ja auf Pause drücken. So, das war's mit der Pause. Also, im Tor spielt Paul mit der Nummer 1. Dann ich mit der Nummer 5. Dann noch ein Tormann, Jojo mit der Nummer 8. In der Abwehr spielt Clemens mit der Nummer 4. Elena mit der Nummer 2. Und Oliver mit der Nummer 12. Jojo spielt auch im Mittelfeld, falls sich kein Tormann wehgetan hat. Und... ... dann spielt noch... ... HR13 noch im Mittelfeld. Und... ... Julian... ... mit der Nummer 6. HR13 mit der Nummer 10. Sorry. Sturm. Natürlich. 11. 11. 11. Und... ... natürlich ich... ... mit der Nummer 11. Es ist aber in diesem Verein die Nummer 11. Okay, dann kommen noch Footdrafter mit der Nummer 7. Als Stürmer mit... ... Lara mit der Nummer 15. Und Tarek mit der Nummer 3. Oh, da kommen Autos. Gleich geht es wieder weiter. So, leider kein Erfolg. Aber... ... wir haben vorhin 3... ... Euro... ... und Tarek mit der Nummer 1. Eigentlich wollten wir uns hören... ... in diesem Video... ... unseren Marktfett... ... von den Spielern... ... und der Landtag von... ... 10 bis 30 Euro. Die wertvollsten Spieler... ... ist auch die bündelste... ... und wir werden wahrscheinlich... ... verschauen... ... und der Fußgeltung... ... für uns zu holen. Da bleiben wir auch noch... ... in diesem Video... ... so... ... wir haben uns was heute Abend... ... in diesem Video... ... und ja, Leute... ... abonnieren... ... und... ... macht einen Like da... ... und... ... bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!